Ich bin in die Halle zurückgekehrt, um dich zu holen. So, in Kyowashad gehen wir erstmal unsere Sachen hier beim Schmied verkaufen. Oh, verdammt, das hätte ich anziehen können. So, und hier haben wir noch eine Truhe und noch ein paar Handschuhe und Gegenstand aufwerten. Keule. So, und jetzt werten wir noch unsere Tränke auf. Okay, perfekt. Und jetzt geht es weiter. Hier hoch müssen wir. Hier, da gehen wir am besten von Thiermaier, denke ich mal, ist es am einfachsten da hochzukommen. Oh, das ist auch ein cooles Bild. So, huch, wird eigentlich aufs Rost drauf. Oh, und wir haben noch einen Fähigkeitspunkt. Ähm. Giftranke. Wir können uns eigentlich die Tiere auch gönnen. haben wir noch eine Giftranke. Ich denke, einen Punkt können wir vielleicht sogar in Rabe reinsetzen. Oh, hier sind gerade echt viele. Ich brauche mehr Geisteskraft. Ich bin dann überlegen, ob ich einen anderen Anfangsspell nehmen soll. Vielleicht lieber hier Sturmschlag. Ich brauche den ja eigentlich auch nicht, oder? Ich meine, es gibt vielleicht drei zusätzliche Geisteskraft für jeden weiteren getroffenen Gegner nach dem ersten. Ähm. Da hätte ich auf jeden Fall noch einen Punkt verfügbar. Und vielleicht hier auch erstmal nicht verlangsamen, sondern Gegner verwundbar machen. So, ein Punkt. Und dann würde ich diesen einen Punkt in den Rabe reinsetzen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal unsere Tierchen. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Oh. Stein. Okay, ich glaube, es wird dann erst interessant, wenn wir wirklich hier legendäre Sachen finden. Aber das könnte noch eine Weile dauern. Ich muss noch etwas warten. Ich muss noch etwas warten. Ich habe keine Geisteskraft mehr. Wir brauchen dringend irgendwas, das wir mehr Geisteskraft kriegen. Okay. Okay. Weilen. das muss es sein wir haben starb gefunden plus 71 sehr gut was muss es sein diese dinger hier können wir irgendwas machen durchsucht das gewölbe haben wir das ach hier mal immer zu haben wir davon noch ein hier hätten wir noch ein aber ich glaube dass das müssen wir eigentlich nicht machen ich muss noch etwas war okay wir gehen erstmals gewölbe rein so gewölbe des kupfers und wir haben schon wieder einen punkt zu verteilen können wir gleich noch irgendwo hinsetzen mal gucken wo ich würde sagen hier hurricane mach ich das mal raus so bildet ein hurricane um euch herum die das hört sich doch gut an ich habe keine geisteskraft mehr ähm ist das der badger wo bist du wir suchen dich hurricane ist auf jeden fall ziemlich gut für gruppen ein ring haben wir schon ring wir haben noch keinen ring bei der eiche wie schön du geworden bist die sehen aber auch nicht gesund aus körperteile die in der form eines mannes angeordnet wurden wenn auch entstellt die schultern zu breit hände mit sieben fingern ein rumpf voller falsche organe ja irgendwie schon ziemlich eklig und unten hier ganz viele köpfe und wir haben wieder ein portal hier na gut geht ja nur hier rein dann auf geht's die kinderstube das hört sich falsch an so oh oh die fallen die können wir gar nicht vernichten oh die machen uns richtig richtig schaden so wie es aussieht oh eine truhe ich bin noch nicht bereit ich brauche mehr geisteskraft neuer helm oh ja plus 74 sehr gut können wir gut gebrauchen und so jetzt gehen wir hier weiter da noch eine truhe stufe 12 sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön ich überlege gerade ob ich den hurricane hier ausbauen soll nächster rang 234 damage glaube ich erstmal was haben wir hier werden verlangsamt das heißt die können uns schwieriger folgen so schauser 15 verwundbar machen und was haben wir hier verursachen zwar das ist natürlich auch nice ich glaube wir müssen erstmal hier hingehen dass wir weniger damage bekommen ich habe keine geisteskraft mehr so hurricane finde ich auf jeden fall schon mal sehr cool so wo sind denn jetzt die kinder von der kinderstube ein totem na gut da haben wir keine keine waffe für plus 84 wenn ich jetzt mal die hier nehme haben wir hier irgendwas was dann besser wäre nicht wirklich nicht wirklich so ich überlege gerade ob ich den angriff hier auf die 1 legen soll von den wölfen oder so vielleicht zyklon rüstung hurricane hier hinten hin weil das blutgeheul das muss ich glaube ich schon relativ oft einsetzen da das unser einzigster heilungsspell ist da das unser einzigster heilungsspell ist ok schlüsselstein podest wenn das wichtiger gegenstand fehlt den müssen wir wohl noch finden dann begeben wir uns mal auf die suche 2 handhammer minus 13 schlechter als das was wir haben rechtige trug eine axt wo was haben wir hier sah gerade aus wie so ein kleines podest wo wir es drauflegen müssen ist tatsächlich schlüsselstein 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 Er ist viele. So, ist hier auch noch eine Truhe? Dann gehen wir wieder zurück. Halt, Moment, wir haben ja noch einen Ring gefunden. So, und ich muss auch gleich mal gucken, ob ich hier unseren kleinen Begleiter irgendwie upgraden kann. Das ging ja irgendwo hier. Aber da habe ich ja noch nichts von gefunden, weiter. Roter Staub. Noch nicht freigeschaltet. Ich frage mich, ob die einfach so droppen, irgendwann. Das werden wir erst noch mal sehen. Da war ein Wörtchen mitzureden. Das ist jetzt eine Dorfbewohner überall. Ich bin mehr als ein Finger oder Tausende. Ich werde niemals sterben und ich werde niemals wieder klein sein. gerade haben wir noch mal davon geredet. So, wir haben jetzt irgendwas freigeschaltet hier. Irgendeine Unterstützung. Dämmerungsunterstützung. 60% des Schadens, den die unterstützte Fertigkeit verursacht hat, gilt über 5 Sekunden als Schattenschaden. Für angreifbare Gegner, die davon betroffen sind, besteht eine Chance von 10,5%, dass ihre Angriffe unterbrochen werden. Bosse werden nicht unterbrochen. Okay, da wir nichts anderes haben, außer die drei, nehme ich das mal. So, wahrscheinlich kriegen wir das nach und nach hier in diesen einzelnen, ja, Gewölben. Trommeln des Gewölbes. Dann gehen wir wieder zurück. Ich denke doch, dass es hier wahrscheinlich zurückgeht. Ich denke doch, dass ein Geräusch durchwerfen. Ich denke, dass mein dasselgeben hits, außer der was erfeste und aufgestalt. Ich denke, dass es hier kommt, dass das Unternehmen нашем Trocken ankommenBC unterwirn Money 결 måten. Vielen Dank.